hallo hallo war hat er aber ich würde zuerst mit ja ein willkommen zu meinem 100 abo-special mit Prozent genau wie er es so zählen wird genau und du an wie immer mehr wie immer hübschen hey und er ist ja leute aber ich bin vielfach zwölf genau von mir nicht von ihm von mir das wird total verliebt weil wir sind nämlich wir können es alles nicht sind Prozent du kannst auch nicht gibt es so dort ich habe es seit 1 gestern und ich versuche hier in dem Leben werfeilig bemerkt haben die und nehmen wir da auch spielen gegen Euro ja also das wird wir nehmen auf dem Pauli nein wir werden in den Ländern und wir wollen nicht ländern in einem Pauli guter nämlich auch eine andere Mannschaft ja nimmst du in dem Pauli ich nehme dagegen warte ich muss kurz und als ich mache ich erkläre ich möchte bitte auch Deutschland auf Deutschland da ist die das war die zweite Bundesliga weiter 2.0 wir sind zweiter wenn wir an Pauli ja warte mal Dynamo Dresdorf die dass die die Türiere von wenn ich nie war egal Kropos sie gerade die besseren haben wir gar nicht mehr haben wir ja und haben vier Punkte heute wollen sie die nächsten Leverkusen Ja! Vergleich mal! Nimm Schweiz zweite Liga verdammt noch mal! Warum? Erzgebirge Aue. Das hört sich doch gut an! Genau! Noch nie gehört! Ich würd sagen, ich will die Kackbraun-Trikots! Nee! Doch, wenn ihr nicht Kackbraun-Trikots! Aber du bist voll fies! Wir nehmen die Violetten! Ja! Wollt ihr nicht abstimmen, was ihr nehmt? Ja, hat er ja nicht! Was gibt's noch? Ich will die Kackbraun-Trikots! Ich find die schöner! Nein, die Kackbraun! Jetzt entscheidet euch! Aber dann ist es so da! Ja! Dann nehme ich die Violetten! Es ist dann eine Halbzeit, glaube ich, sieben Minuten! Ja! Sieben genau! Das Stadion zufällig! Ja! 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 Ich liebe Fußball! Er ist jetzt ja zufriedig! Ja! 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 wo er war haben wir spielen denn schon müssen wir in Hamburg ist doch scheißegal ein Mann muss in Hamburg auch ein falsches Stadion das ist ein Stadion ja dann noch mal spielt egal die Schuhe aufstellung 70 Jahren mehr ja sowieso eine Familie ja 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 kommt es doch ich halte Verstechnung ich würde auf die Welt ihr habt ihr das doch beide ja und wir haben spielen das meinte dann müssen offen ich nicht was denn das da oder was das bringe mich ab das ist das ist doch kein Name laufen das ist so sehr gerne ich weiß eine Ahnung interessiert ja das ist schwul aus die FC Erzgebirge Aue also ich bin die Violetten und Bananasau und Tenno sind die ich bin der grüne Punkt weiße Unterhose sind die mit braunen Streifen drin ich bin mir in die falsche Richtung gelaufen ich glaube das tut dem Ohr nicht so gut wenn du so ein Schreis so ja kein Tor du bist Bananasau ja Bananasau hat den grünen Pfeil über den Kopf oh souverän abgenommen hier Violett Erzgebirge Erzgebirge Aue und Aue ach so was geht denn hier kommt da habe ich war die Flanken super gemacht sicher ist auch danke als Geld bekommen wird um ein Grunde mehr hat hier wer hat Geld für den Pauli ich glaube das war nicht meine Schuld du glaubst er hatten bei bei der Mitgliedschaft bei der hat man weiß nicht wer es war jetzt kommt ein Trick von mir von dem der Spiel zum ersten Mal auch die zum zweiten Mal spielt ja wir haben vorhin schon ein Testspiel gemacht genau und Deutschland hat gewonnen Haushoch und das nervt eine Person hier im Raum der Jahr man kann schon um ein Gott er passt und man hat mich sagen ich passen 6 ja ich bin auf der PS 3 ja das ist ja aber ich habe wieder ich habe die Verzehnung des Aufstiegs jetzt ja und das Kugeln mehr stimmt das recht aber das wird die Städte das auch Ulrike Tom die Kifte vom Strafraum um hat er mir nicht wo bist du dahinten ja stimmt du kannst mit L1 Kanzler Spieler wechseln ich weiß Rosalte oder das werden wir abgenommen muss um für uns den Ball ja auch voll das Zeugzeit auch Posten wenn es schon ist mehr als rechte das ist das Linke mal in der Säge glaube ich nicht er ist nicht wenn wir es so und oh mein Gott oh mein Gott ich sprinte hier durch das ist so geil es ist ein paar Euro also ein gewisses Schläge mal gehört als warum du das wenigstank der Eltern der WM-Level ihr werdet mehr bejubelt ja bis nach Hause Speyer sind echt so aufhauen ist man ja richtig witzig was er getan da war der Haar und war ja was war genau zählt die nachher ist einiges der nicht mal im Ball nein hatte der also der war mal weg gemacht auch was aber mann du darfst nicht passen du musst schießen Dreck drauf schießen oh mann Vorteil die wollen mich voll täuschen und er war's ja schade war so Schweineider für dich ja ja und das ist das nein nicht Tor nein ich bin Gott ich kann das ich muss nichts ich kann das regulieren ich bin der Regulator du bist der Regulator ja es ist wenn die das Hallo ein Ball zwei Spieler wer kriegt ihn ein Ball zwei Spieler wer kriegt ihn ich 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 in den Meter dauer der Fall zu halten muss hier mit dem Recht er wird zu spielen so ist das das okay ich kann gucken wo er ist ich will sehen ich will sehen nein der steht in die Mitte der Feder Tor Tor Wohlverdienst Tor nach einem Wohlverdienst wohlverdient hier Wohlverdienst zeigt dass wir nebeneinander sitzen der ist dem nicht hallo beleidige meine alle Abonnenten nicht es ist er erntet hätte sie sich so dumm dass sie sich merken damit hast du sie gerade beleidigt nein doch hast du nein doch hast du nein doch hast du ich meine ich hatte gerade den Ball ja wir haben vor Ort die sind alle so schlau dass sie meine ganzen Spiele spoilern ja hast du mitbekommen doch das ist das Bulletin gelesen er hat die 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 aber ich bin beigegangen ja auch voll aber man lebt mich in Deutschland ist scheiße ich habe zum Glück keine holländischen Fans glaube ich ja sagst du alle die in Holland wohnen und Deutsche sind die sind nicht gemeint ich hab Fans aus Lichtenstein aus Lichtenstein ich habe auch welche aus äh Afghanistan das ist schon krank hab ich das mal nachgeguckt ey das klingt schon wieder krank die haben auch nicht passiert was machst du da du darfst mir nicht aufhalten Prozent Wohem in der Woche um ein Gott wir haben vor was hier nicht ich ja warum hast du ein Tor weil ich nicht war weil ich bin ich schon wieder verweichert ich habe eine Trophäe erhalten obwohl ich das Spiel nicht voll sitze äh ja eher eher aus wann er spielt online mit meinem Spiel dann sein Account ich weiß nicht es geht nicht ich bin ich zu gehen den Kursen weißt was 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 geil ist das war ein geiles Tor ja sonst wird doch hast du mir hast du mir nicht ab und gegen gehört doch hab ich ja du kriegst den Ball nicht was äh ich sie ja sie ja ja hier gebe ich den auch freiwillig ja 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 dir doch nicht du bist so böse und machst Tore vielleicht vielleicht oh man komm hier äh Schnecke ja wir haben ein vor ja 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 habt ihr euch gegen die Köpfe geschlagen oder schade das High Five klappt denn nicht das haben wir uns nicht getroffen High Five Home testen okay es bin ich will nicht jetzt muss ich mich vielleicht ist man mit erseiten wo es ist nicht hundertprozentig Redaktion Nein Du hast ihn gepasst, ne? Oh, wie schlecht, Alter Du meckerst hier immer nur Bananasaur an Stimmt doch gar nicht Dieses Spiel doch gar nicht Ich hab hier so einen Controller, der mir nicht gehört Deswegen kann ich nicht so gut spielen Ja, ja, mecker über meinen Controller Und ich hab ein Kabel dran, weil er alle ist Ja, aber mecker über meinen Controller Mein Wildness, Dualshocks, Axis 3, Playstation 3 Controller Hat ein Kabel dran, das ist geil Kann man dann alles? Du darfst dann noch eine Achtungskriege dabei auch schon wieder gehen Ja, du darfst, glaube ich, abzunehmen von der Kabel Es wird vielleicht heute noch mehr kommen mit Aufnahmen, das wissen wir noch nicht Spontan ist, oder? Ja, spontan ist FIFA 12, zweites Spiel Nein, ich muss ja nicht nur FIFA sein, kann ja auch so anders sein Aber wie gesagt, spontan ist Stimmt Oh, oh, oh Oh, oh wo, oh! Oh, oh! Verlust so gefährlich gefährlich Arsch und jetzt ist es weiter das sind gemacht der Zeit fahrt ihr es bleibt sie ich schnell die Hase X oh mein Gott Mechstein 1 1 2 ist ja das ist Christian ja das ist ja Doch, Chris, den kennst du. Das ist McFly 1-1-2. Zum Glück hätte ich den Nachnamen nicht, das würde ich dir auch noch verraten. Oh, der sah gefährlich aus. Okay, der war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball. Hast du gesehen? Der hat den Ball nicht mehr berührt. Woher weiß ich das denn immer? Du hast den grünen Pfeil über dir. Mach den rein! Nein, mach den rein! Nein, mach den rein! Komm schon. Das muss ich jetzt mal Adrenalin kommen. Adrenalin. Adrenalin. So bewechseln ich mich. Erppene Frieden. Kennt das einer? Crank? Ja genau, künstliches Atemlin. Adrenalin. 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 Ey, nicht reden hier. Dann wird man Mund mal feucht, wenn ich das sage. Adrenalin. Nimm nur was für meine Brunig. Als wir den Ball auch haben. Habe ihn dir jetzt gegeben. Ja. Ich dachte, ich soll in die andere Richtung. Jetzt nicht mehr, jetzt halte ich. Ach so. Geklärt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, war aber gerade. Jetzt wohnst du. Also jetzt in die Richtung. Vor zwei Sekunden war das so. Ja, ungefähr. Vor gefühlten drei Sekunden. Ja, ich habe sogar noch gesagt, dass halb zu lesen ist. Oh Gott, ich kann... Ja, Mann. Ja, Mann. Ich stehe völlig frei hier. Ich stehe völlig frei. Das ist geklärt. Du hast im Angriff der Depp. Ich weiß. Ja, war geplant, ne? Ja, war geplant, ne? Ja, war geplant, ne? Ja, geklärt. Ja, geklärt. Niesoweit! 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 Was was für Knopfgedrückt 4L? Ja, nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das muss man hier nicht. Also da. Ja, Erfengelbe, da hol ich dich um. Soma. Oh, im letzten Augenblick abgespielt. Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Hat er Tor gemacht? Ja. Ja. König. Der König hat ein Tor gemacht. Doch, der heißt König. Er-König. Also wenn sie jetzt noch ein Tor... Der Er-König. Ha, nicht der Er-König. Oh, mein Gott. Du darfst nicht immer so... Wer hat Kreis gedrückt? Ich nicht. Du darfst nicht immer so schockig da anschocken alle. Ja, ich weiß, da ist niemand. Ach so, da kann ich hinlaufen, cool. Ne, doch nicht. Schon spät. Da hättest du nicht durchgelegt. Da war niemand, weißt du? Ja. Hast du schon erwähnt, dass Fußball nicht so mein Ding ist? Ja. Meins auch nicht. Meins ist eher so Hack'n'Slay und andere Spiele. Alle außer Fußball und Rennspiele. Ich bin ein Stegosaurus. Was? Sag ich doch nicht, wenn wir alle haben. Ich bin ein Sting- und Rennspiel. Oh, den kennt ihr erst. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wer verliebt überlegt? Da links, da links, da links, da links. Da rechts, da rechts, da rechts. Da oben, da links, da links, da links. Wer wäre irgendwie am aahn? Ja, genau so. Pfff. 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 Oh nein. Oh nein. ein Jahrhundert in der Stadt stehen Ockert-Ockert-Ockert-Ockert Prozent 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 der Geist so war so zerstört war gespielt ist jetzt und gut für mich ich bin die Art der Triebenscheidung und und ich ja okay aber ja Marlon und das wird nur was die Kuhkranke ich hab nicht gehört was sie ist der Raum nur erlauben Adrenalin schüttet Prozent am anderen der Welt die man es ganz los ist und um ein Gott haben das gemacht nein er hat's gemacht ich habe gemacht du hast nicht nach dem Metern nicht klar ausgefahren LR LR ich habe schon gehabt Lama Lerner das war ja wieder wir sind über die Zeichen scheiß nur freilich du hast in der Sieger Toro Torgenau versuchts mit einer Grätsche Schumacher von der Städte was von der O-O abgefangen ein Städte ich könnte die ich könnte durch die Ecke es gibt es die Kündigte hat durchs Ecke Wachbettig die Dauer aus der Lage auch so genauso in der Ex-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis ja das ist das was ist mein Torhüter für Loser, Alter? wie, 3-2? 3-2, nein, für euch? ja, nein, für uns also 2-3 aber wir haben aufgeholt ich muss mich anstrengen volle Konzentration, wir anschalten wieder Adrenatrin anschalten oh nein das war die volle Konzentration jahre es muss ein Schuh so lauf wohin nach hinten danke bitte ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben Nein, schau, Nein, das ist richtig Nein, 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 nein alles, alles noch Nein, nein Ja, geil, geil, geil das war ein zweikopft auf Ex-Pengt Ex-Dem-Raum Lauf vor allem wissen auch sprachen die Gastinita weißt du das ja ich habe Durst langsam also ich habe Durst das will ich den Sklaven oder war das schießen durch den Jahr aber er ist halt nur auch noch jetzt auch es soll werden meinst du ja Ja, genau. Ja, ja. Okay, 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 alles, okay, okay, alles, okay. Alles in Ordnung, okay, okay, okay. Oh, verdammt. Ja. Oh. Ich will euch eine Chance lassen. Ja, du kannst es einfach nicht besser. Oh, doch. Guck. Das ist das Gretschen, ja. Ja, voll getimt, die Gretsche. Genauso wie die. Genauso wie die. Das ist recht übergetragen. Schieß, schieß. Und renn, 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 renn. Oh. Jetzt haben wir hier Zeit, was getrinken zu wollen. Oh, Aschengeld, verdammt. Rot, 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 rot. Ja, rot, rot. Okay. Aber es hat niemand von uns gemacht. Oh. Ich. So, bist du bereit? Geht nochmal. Gut. Geh, nehm, 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 nehm. Geh, nehm, 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 nehm. Doch, machen wir. Doch, machen wir. Wir sind nur noch zu 10. Ich hab hier schon, nehm, so. Also hab ich nur noch 9 zur Auswahl. So, wenn er nicht drin ist. Aua. Das hast du verdient. Ah, you fail. Man sollte auch, wenn man vorne ist. Es war schwierig. Schwierig, den Niedsrei zu machen, hast du recht. Ja, ist eben so, ne? Ja, ich hab, guck dir, guck dir meine, nein, guck dir meine Mannschaft an, bitte. Das ist Erzgebirge Aue hier. Das ist Erzgebirge Aue. Das ist Erzgebirge Aue. Das ist Erzgebirge Aue. Kennst du die Mannschaft? Ja. Echt? Wer kennt die denn? Die würdest du nicht glauben, aber ich guck's war die Liga. Und deine Geste hier zu vollführen, die keiner sieht? Ja, so kann man es nennen. Was für ein niedlicher Klang, der noch nicht mit Wettkirchen spielen soll. Die ganz große Aufgabe, die Wettkirchen-Fusion-Projekt. Ja, soll ich das Bild wieder da, ne? Einfügen, die sie. Jetzt nicht. Ich drücke jetzt nur noch X, weil sonst kriege ich. Ich drücke jetzt mal zu hören. Drück nicht X, drück zum Teil. Du hättest da kreisgedrückt, drücken müssen. Ja, ja, doch. Ich drüber rüber, lüpfen, lüpfen, lüpfen. Oh, geil. Voll in der Zeit, wenn man ein Bale wäre. Ich habe immer den Ball. Ich habe 90 Prozent Ballersitz. Und wieder ist das Spiel. Ja, und er lässt einfach keinen Körperkontakt zu. Keine Karte, aber gesprächsbedarfte Schiedsrichter. Ja, und das macht der gute Referee. Dann muss er freilaufen. Ganz deutlich, beim nächsten Mal bist du reif. Und dann sollte er sich nicht dran halten. Das muss es sein! Ganz knapp daneben, was gehört? Ja, was? Wie finden Sie in Ordnung? Was ist das denn jetzt? Gelb? Ja, das ist so wichtig zu gehen. Ja, vorhin war doch Vorteil. Das stimmt. Hier, pass auf, nicht weiter drücken. Zack, voll in die Frasche. Du darfst was machen. Oh, geil. Ich als neue PS3-Besitzer. Ja, seit... Gestern. Seit gestern. Ja, seit gestern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, das wird nichts. Fünf Minuten nach wie Zeit. Alter. Wie viel Zeit haben wir dann? Wie viel Zeit? Noch fünf Minuten. Das muss es sein! Oh, du... Nein! Oh ja, Mann, oh Mann, ja. Du scheiß glücklich, ja. Schon wieder der Ehrkönig. Du bist so ein Scheiß. Kenner hier. Kennst du den Ehrkönig? Nein, das war mir nicht. Wird der Trainer jetzt... Ja, eigentlich müssten wir wechseln, aber auch nicht. Schreibt mir in die Comments, wer der Ehrkönig ist, damit Tenno das weiß. Damit du es weißt. Oder schreibt es auf seinen Kanal. Nein, schreibt es nicht auf meinen Kanal. Bitte, spreibt sein Kanal voll. Das wird sie wissen. Das wäre nicht der Fall, oder? Wie denn? Ja, ich hab's nicht mehr Leute. Dann block ich dich und deine Leute. Dann hast du wenig. Dann block ich dich und deine Leute. Dann hast du wenig. Oh, ich hab geklärt. Oh, Mann. Wie sagst man so wenig? Sag mal. Ich blocke alle Hater. Es ist Ente. Es ist Ente. Dann muss ich dich auch blocken, leider. Hallo? Ich hate dich doch nicht. Ja, ich hate dich. Mann, es ist voll Ente. Ja, besser spiel der Ehrkönig. Ah, 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 ah. Das ist genau der entscheidende. Wer ist er König? Ähm, Rudolf Kaiser König. Keine Ahnung. Das war doch ein super Fussballspiel. So, ja, das war's auch schon. Guck mal was Spielehöhepunkt an, die Tore. Können wir ja machen. Das ist doch ein Bildschirm. Dann guck dir mal ein Bildschirm. Ich erzähl jetzt noch ein bisschen. Ja, du hattest du ja. Und zwar, ja, das war das 100-Abo-Special von mir. Von dem, nee, von mir. Genau, und wenn ihr die anderen Kanäle gucken möchtet, oder reingucken möchtet, die kommen nochmal unten in den Infotext. Also, lest den Infotext durch und macht eine Video-Antwort, wenn ihr mögt. Spon, bitte. Wer ist der Ehrkönig? Filmt das mit Webcam? Das könnt ihr machen. Oder mit Kamera oder so. Fahrt zum Training von Erzgebirge raus, holt ein Interview von Erdkönig raus. Nein, ihr müsst mir nur sagen, was ich für eine Zweideutigkeit meine, okay? Also, vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich auch herzlich für, oder, hier, Dings. Wie heißt der nochmal? Ich falle gleich vom Bett. The Tendo 14 und die Bananasau. Ach ja, übrigens, Bananasau hat einen neuen Kanal. Ja. Da kommen ganz viele tolle Let's Plays und so. Mit meinem. Ganz viele tolle Let's Plays, ne? Ja, ich geb mir Mühe. Ja, nein. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. 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 Baby, every single night I could tell you a thing.